Der Verkehrsknotenpunkt Frankfurt am Main Bereits seit über 25 Jahren gibt es First Class Soy Service. Was damals am Verkehrsknotenpunkt Frankfurt am Main begonnen hat, erstreckt sich heute auf acht deutsche Standorte. Zudem sind die Profis für Transport, Transport, Kettensicherheit und Unterstützung von Logistikunternehmen deutschlandweit aktiv, rund um die Uhr und sieben Tage die Woche. Ein Kerngebiet der umfangreichen Angebotspalette, praxisorientierte Schwerpunkte, Schulungen zur Sicherheit, Zoll- und Außenwirtschaft. Ganz neu bei First Class Soy Service Sprengstoffspürhunder. Das ist eine ergänzende Maßnahme für unsere Mitarbeiter, da die Sprengstoffspürhunderung eine wesentlich feinere Nase haben als alle elektronischen Mittel, die es momentan auf dem Markt gibt. Unternehmen und Privatpersonen haben ab sofort die Möglichkeit, die auf alle bekannten Sprengstoffarten ausgebildeten Spürhunde individuell zu mieten. Dabei bilden der Sprengstoffspürhund und sein Hundeführer immer eine Einheit. So kann der Auftraggeber ganz gezielt ein Team bei First Class Soy Service anfordern, wenn es benötigt wird. Der Hund erkennt Sprengstoffe, die verpackt, versteckt oder verändert sind. Das Team verhält sich am Fundort ruhig und ein Punkt wird durch Sitz oder Platz angezeigt. Daher eignen sich Sprengstoffspürende für die Überprüfung verdächtiger Fahrzeuge, Gepäckstücke oder auch zur Überprüfung von ganzen Events und Veranstaltungsorten. Das Team von First Class Soy Service ist dabei komplett mobil. EINH-Präger EINH-Präger